Der Film Kuckoo läuft auf der 74. Berlinale in der Sektion Berlinale Special Gala, ist von Regisseur Tilman Singer in der Hauptrolle mit Hunter Schäfer und wird uns von Tagesspiegel-Filmredakteur Andreas Busche vorgestellt. Kuckoo hat alle Erwartungen voll erfüllt. Ein sehr merkwürdiger Horrorfilm, der in den Bayerischen Alpen spielt, in einem Ferienressort, in das die 17-jährige Gretchen, die Schäfer spielte, mit ihrer Stieffamilie, ihrem Vater, Stiefmutter und ihrer Stiefschwester zum Urlaub aufschlägt und im Grunde genommen total genervt ist. Sie spielt immer so einen serenidenten, genervten Teenager, der von der Situation überfordert ist und in dieses Luxusressort kommt, was auch sofort weird ist. Und da passieren auch sehr schnell ziemlich merkwürdige Sachen. Es entstehen Zeitloops. Die kleine Schwester von ihr, die Stiefschwester, hat epileptische Anfälle. Die Menschen benehmen sie alle merkwürdig. Und Gretchen entwickelt sich dadurch quasi zu so einer Art Action-Heldin, die am Ende Blut verschmiert, wie Ripley in den Alien-Filmen oder auch Sarah Connor in Terminator sozusagen ihre kleine Schwester verteidigen muss gegen ein Mad Scientist, der im Bayerischen Wald eine Art neue Spezies entwickelt, aus einem mythischen Wesen, das im Wald seit Jahrhunderten haust. Also wirklich super merkwürdiger Film. In der Hauptrolle Hunter Schäfer, die viele wahrscheinlich aus der Serie Euphoria kennen, die auch vor einigen Jahren ziemlich froh gemacht hat. Das ist jetzt Schäfers erste Kinorolle gewesen, obwohl sie eigentlich schon vor ein paar Monaten zum ersten Mal im Kino zu sehen war, in dem Tribute von Pan im Prequel gelaufen ist. Ich hatte mit Hunter Schäfer auch kurz gesprochen und sie auch gefragt, wie sie ihre Filme sich jetzt planen zu wählen. Das ist jetzt ihr erster Spielfilm gewesen nach Euphoria. Und alle sehen eine sehr vielversprechende Karriere für sie vor sich. Und ich fand es interessant, dass sie diesen Film jetzt eigentlich einen kleinen Film als ihren ersten Kinofilm gewählt hat. Und sie hat eben auch gesagt, dass sie nach interessanten Rollen sucht. Sie hat überhaupt keine Lust, in diese Schauspielroutinen und diese Karrierepläne zu feilen. Und das war das Drehbuch von denen, die sie bekommen hat, was sie sofort angesprochen hat. Ich denke auch, dass Schäfer da nochmal eine andere Seite zeigt, die sie auch vielleicht dann später in den anderen Filmen noch zeigen kann. Und das ist auf jeden Fall für ihre Karriere zusammen mit Tribute von Pan im, auf jeden Fall ein ziemlich spannender Start in eine Filmkarriere. Der Film kommt auch in die deutschen Kinos im September. Und ich denke auch mal, er wird doch nicht nur wegen des deutschen Regisseurs, sondern auch wegen Schäfer ziemlich viele Fans finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017